Hallöchen! Die Mina spielt wieder! Stopp! Doch, die spielt! Ob der Min bereit ist oder nicht? Min macht sich noch schön, aber ist ja egal, wir machen trotzdem weiter. Äh, wenig Munition. Das Leerhammer ist geholt. Ich glaube, ich muss da rüber. Komm. Jetzt seh ich auch mal mehr, ey. Die Sonne, ich denk die ganze Zeit, das Spiel ist so dunkel. Ja. Hm. Dorona, das ist Health. Love Health. Und Armor. Moment. Sorry. So. Amor und Health. Und dann noch gehst du runter. Das ist nämlich nur Muni, weil Muni haben wir ja auch mit so viel. Wir sind im Zeitalter der Knappheit hier. In der Hölle. Was ist das? Ich glaube, mein Handy klingelt. Ich komm gleich nochmal. Min kommt gleich nochmal. Tschüss Min! Gut, doch klar. Schrotflip-Munition. Jetzt bin ich wieder hier oben, okay. Aber ich glaube, ich muss da rüber. Und jetzt hier rüber. Ich setze mich mal in die Mitte. So. Die Mina spielt. Ohne Min. So. Oh, was ganz Neues. So. Hierher. Hier habe ich noch Gesundheit übersehen. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg schon zurück, weil ich mir die Gesundheit da geholt habe? Naja, ist egal. Das ist halt manchmal so. Oder laufe ich gerade ganz falsch. Oh, ich und meinen Orientierungssinn. Das habt ihr ja auch schon gemerkt. So. So, hierhin. Und weiter. Boah. Ich bin so froh, dass wir einen Doppelsprung haben. Ah, guck mal da. Und jetzt öffnet sich bestimmt die Tür. Der schreit immer in Telefon. Das ist aber, äh... Süß. So. Kommst du wieder? Ja. Ja. Da komm. Ist noch an. War das noch an? Doom. Doom ist noch an. Das ist mein Nagel an. Der ist pink. Guck mal, ich habe uns die Tür da aufgemacht. Schön, dass du nochmal da bist. Ja. Ich hab dich schon vermisst. Ich hab dich auch vermisst. Der Supermoney hat angerufen. Hi, Supermoney. Der guckt gar nicht meine Videos. Schönen Gruß euch das an. Danke. Schönen Gruß von Supermoney. Okay. Karte ist aktualisiert. Ahem. Ich hörte jetzt den Impuls dich zu puzzeln, gell? Aber das machen wir jetzt nicht. Erschießen die Sachen. Nicht von der Kamera. Proben kann man zu. Ich wollte dich doch nicht abnicken. Leute, Pläzer. Das ist doch das Mädchen, oder? Das sind die Lost Souls. Das sind die Lost Souls. Gut. Okay. Was für ein Mädchen? Die Viber. Wie heißt diese? Summoner. Nicht so weit weg gehen, dann hört man dich nicht gut, ne? Blablabla. Wir testen, oder ich teste nämlich gerade neue Sachen. Ich nehme nämlich jetzt mal mit Audacity. Wie? Mit Audacity. Audacity. Auf. Jo. Alles neu. So schön neu. Weil... Das ist das. Jo. Was können wir dann mal so erzählen? Guck mal irgendwas. Ei. Du musst über Süden Brücken gehen. Sieben Jahre über... Ne. Sieben Dunkeljahre überstehen. Du brauchst die ersten Brücken. Ist das hier noch Superschruttchen? Ich hoffe. Jetzt nix. Kaputt! Ei. Oh fuck, fahre raus aus dem Feuer. So. Bam. Ah! Wohin gehst du denn du? Ei. Ei. Der stoppt sich voll mit Ei, ne? Der stellt sich darin aber vor. Wo ist'n dann? Ach, ihr seid doch alle böse. Also nicht jeder, sondern hier die Gegner. Die sind natürlich schlecht. So. Cool. Was hast du denn jetzt für ne Sorte? Orange. Okay. Sau lecker. Schmeckt so ein bisschen wie Karte. Speicherpunkte rein. War das dat? Keine Ahnung. Drücken. Schalte. Ja, Waffenpunkt. Habe ich jetzt schon bald genug Waffenpunkte für die Superschruttchen? Ne. Wartenase? Oh. Funken. Wat? Da sind überall Funken. Ach so. Jo. Äh. Ich hole immer alles mit, was da rumliegt. Jo. Ich würd gern irgendwas erzählen, was es so Neues gibt in denen. Die Mina hat sich ein ganz tolles Kleid gekauft. Die Mina hat auch ein neues Auto. Ich hab nämlich jetzt nen Ford Eco Sport. Geil. Heiß Brunhilde. Jo. Heiß Brunhilde. Mein Auto ist nämlich eine Schildmaid. So. Du wirst ja darüber auch schon mal Bescheid. Ähm. Und wenn man genau hinsieht, dann meint man, das Auto würde auf nem Rolli stehen. Geht mal nur Spaß. Du wirst gleich hier deines Amtes enthoben. Und dann hol ich mal einfach irgendjemand anderen, der mit mir Dunen spielt. Das Auto ist sehr hochgelegt. Von außen. Von innen gar nicht so. Wenn man drinsitzt, dann meint man, ja. Aber von außen meint man, ja. Er versucht sich zu retten, aber er sägt auf dem eigenen Ast, auf dem man sitzt. Wo muss ich denn hin? Auf einer Bank. Er sägt an der eigenen Bank. Wo muss ich hin? Ich hab mein Arm hier hinlegen. Ich fühl mich immer so komisch. Wo muss ich hin? 32 Meter grad aus. Ja, aber wohin? Doch hoch. Komm mal guck mal. Kannst nicht aufschießen, das Ding, das sieht voll instabil aus. Oh, was soll denn das? Als könnt ihr das doch nicht kaputt schießen, ey. Echt. Ich bin grad wieder ein bisschen lost hier. Und das sieht so aus, als wär ich doch herkommen. Ja, ich bin doch auch herkommen, aber... Was hast du dann eben aufgesammelt? Waffenpumpe daran, ne? Ja, mit Waffenpumpe. Weißt du das rote? Benzin. Ah. Kannst du mit der Kettenweg oben aufschneiden. Das wär' ich mega. Das war echt ein Fail. Wisst ihr das? Aber hier schnell kann ich damit so weg. Ja, aber sonst nix. Na wennsch, das hat das noch jetzt kein Zeug verbraucht. Leut! Sagt mir mal, wo muss ich hin? Wo willst du hin? Vielleicht doch hoch. Dennis. Macht jetzt. Kein Sinn. Fortzugehen. 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 Das ist saarländisch. Fortzugehen. Fortzugehen. Ja, ich geh fort. Ah, ich komm noch nicht noch. Was auch zu. Wahrscheinlich, äh... Ist es gar nicht so schwer. Kann ich vielleicht, wenn ich dort hochgehe. Ja, Treppen. Treppen sind immer gut. Der brennt. Hier durch. Oh. Oh. Gehen schon hoch. Da komm ich da drin. Äh, jetzt hab ich zwei Wegpunkte da. Nein, nein, der ist ja direkt da. Links. Links hoch. Jo. Karte aktualisiert. Speicherpunkt erreicht. Das ist doch alles ganz so schwer. Nee. Hier nicht. Da lang. Was ein Panorama. Geil, ne? Ich weiß nicht. Doom Marine. So. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Gut, dafür haben wir ja alles schon, ne? Mikroraketen. Hitzestoß. Betäubungsbombe. Was soll man dann holen? Dein Lieblingsfach ist? Schrot. Doppelschrot. Was ist denn? Was ist denn da? Raketenwehr, Vergausgewehr, Plasmagewehr, Sturmgewehr, Schrot. Gibt es keine Waffenmodifikation dafür? Dann würde ich eine holen, die schnell feuert. Dann hol mal, äh, hier. Sturmgewehr. Oder? Warte mal, was haben wir noch? Mikroraketen. Zielerfassungssalbe klingt doch geil. Mit dem Raketen? Aber ich benutze den Raketenwerfer echt sau selten. Weißt du? Sorry, Leute, da müsst ihr jetzt durch. Dauert jetzt halt noch kurz. Ich würde sagen, wir holen einfach hier. Wir arbeiten aus dem oben nach unten. Dann mach das, ja. So, wir machen jetzt hier das. Fertig. Hör schon mal auf damit. Schlurpi. Kennt ihr Schlurp? Das Pokémon. Nicht so. Du hast auf mein Bein gesifft. So. Jetzt hier runter. Oh! Da kommt ein Kinderbuch. Da hat er keine Angst. Ja, das sieht man ja nicht. Du. Ich. Genau. Eigentlich bin ich die Ursache allen übertragen. Ich. 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 Ah! ua. Es gibt gleich viel auf's Maul. Hab ich eben gesagt, er ist ein sangelro- watersamer- underground. Ja. Schön. Du musst mich grad moderieren, bitte. Ja, wir haben den Namen. Du hast den ganzen Eis, ich glaube. So. Da springt ein Hellnei. Ei, wie schön. Der ist schwer. Das kann schwarz knickeln. Rechts oder Raketenwerfer. Wo ist der denn? Ich glaube rechts oder oder links. Der ist schwer. Ja, der ist eigentlich schwer, aber auch nicht wenn man auf Ultrarad spielt. Wer von euch möchte denn hier mal mit Mina spielen? Hier ist nämlich grad ein Platz neben mir frei. Ne, ist mein Ernst. Ihr könnt, ich schmeiß den hier raus und dann könnt ihr kommen. Jetzt wird sich eh keiner melden. Das ist einfach, weil ich Imba bin. Und deswegen hab ich das bloß so gut gemacht. Sehr, sehr geil. Erzähl mal ein bisschen. Ich mag das, wenn du so ruhig bist. Ich habe mir meine Augen erzählt. Was dann? Ich hab mitbekommen, weil du durchstattest. Ich spiele nicht. Ei. Ja. Jammer, ey. Ich schätze. Kaputt. So. Der Kopftor, der muss doch irgendwas zu sagen haben. Wenn man den ganz am Anfang von der Welt dort sieht. Das sieht ein bisschen aus wie das, was ich gewonnen habe bei Bethesda. Nämlich die Wüste vom Cyberdemon. Ja. Habt ihr schon geguckt? MinbakaTV Folge 6? 7? 7. 7. Da kann man den bewundern. Mir erzählen irgendwie dauert dasselbe. Aber, ja. Müsst ihr mal gucken. Das ist für all die, die jetzt mich inschalten. Eieieieiei. Guck mal wie ich den dort zerpflügt hab jetzt. Ja, die explodieren. Ja, die explodieren. Ja gut, ich mein, heute für die Jugend muss ja alles explodieren. Ja, ne, aber früher waren die gerade so schwer, weil die nicht explodiert sind. Die sind nämlich dann einfach ja nicht geblüht, ja. Die sind dann weiter. Die sind dann immer wieder aufgesprungen, ja. Okay, das ist ja nicht. Aber wenn man auf ultra hart spielt, so wie ich, dann ist das nicht so. Ja. Alter. Auf diesem Berg greifen die Hellenites an. Find ich aber cool, dass es dann nochmal geändert hat. Nein! Dass wir was geändert haben. Dass es dann nochmal geändert hat, dass jetzt das Design unterschiedlich ist. Ach so, ja. Also, dass der Hellenite anders aussieht, als der Baron des Hells. Ah, ja. Jetzt sind wir früher bei Doom, dass wir einfach nur alle erfahren haben. Der Lord sieht sehr, sehr geil aus. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Wo bin ich denn? Dass wir die Nike Airschule haben. Fuck. Yeah. Kommt doch hin. Schon wieder einer. Jo. Sechs Schuss mit der Doppelläufigen bei dem alten Doom. So ungefähr. Kein normal, glaub ich. Dieser kleine Pisa, ne? Eben als der Lord so schön im Durchgang war, dann hat er keine Granate geschmissen. Mann. Speicherpunkt erreicht. Folge ist vorbei. Das glaube anstrengend. Hat aber Spaß gemacht. Ja. Aber du willst, dass ich hier bleib, oder? Oder soll ich bei der nächsten Folge wegstehen? Wir gucken mal. Wir diskutieren jetzt wo aus. Und wenn einer von euch sich meldet, und hübsch genug ist, den Platz von mir einzunehmen. Mach schön. Der darf auch meine Tentakel sehen. Was? Der darf auch meine Tentakel sehen, ne? Tentakel, Tentakel. Okay. Jo. Äh, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wird weniger dumm geschwätzt, weil dann ist der Mindermitte doch. Tschüss!